guten morgen morgen ja wir kommen zurück und das erste was ich mache ist was essen und trinken ich gehe mal rein wir haben uns jetzt hier so ein schönes naja wir wollen uns so einen kleinen und kleinen sniper point auf dem dach bauen jetzt bist du schon unten bei der barrikadierung ich gehe mal steck dich von oben okay übernimmst du dann häuser gegebenenfalls ein paar bäume die du fällst ja aber hoffentlich sind die zombies noch nicht in rage ich glaube die bleiben jetzt immer nur ich weiß es nicht also ich habe let's place gesehen oh fuck hier die graben sich durch die graben sich durch und was hast du gesehen von let's place da waren ab neun uhr nicht mehr so in rage aber hier runter hier runter da warte das hat einer durch der macht die leiter kaputten wie viele sind es oha und nachladen ich scheiße scheiße Dann halte einfach rein und schieß auf die Köpfe. Ach, scheiße, ich hab hier hinten eine Invasion. Wo bist du? Auf dem Dach, bleib drinnen. Gut. Wir kommen ganz schlecht nach unten. Oh Mann, jetzt muss ich das hier kurz abbauen. So ein Kack. Gut, alle sind tot bei mir. Okay, komm, runter, raus. Wir müssen Waffen uns weiter suchen. Wir müssen Leiter bauen. Scheiß drauf, weiter, holen, holen, runter, runter. Ja, die sind noch in Raids. Wieso sind die noch in Raids? Ja, weil sie uns sehen. Geh weg. Ich hab auch kaum mehr Muni für die Pistole. Ich hab überhaupt nichts mehr für die Pistole. Hast du Blöcke? Warte, ich übernehme. Hast du Blöcke, dann brauchst du ihm mal so eine provisorische Leiter. Okay. Warte, ich geh über das... Eine Treppe könnte ich uns... Oh, da sind noch mehr in Raids. Ich geh runter. Wo bist du? Unten. Ja, hier ist noch einer auf dem Server, glaube ich. Du bist unten? Ja. Warte, ich komme. Ich bin über ein Dach runtersprungen. Ach, du bist komplett draußen. Warte, ich komme eben. Hey. Ah, da bist du. Warte. Gut. Ich nehme hier die ganzen Teile mit. Scheiße, wie erkennt man nochmal... Ich würde sagen, wir bauen... Jemand ist noch auf dem Server? Nee, doch nicht. Ich habe mich verguckt. Oder... Ich weiß gar nicht. Okay, komm. Ah, nee, das ist ein Zelt. Ach so. Hey, komm mit. Wir gehen ins Nebenhaus. Warte, deck mich mal kurz. Oh, Mann. Ich habe mal nur die Schaddi geholt. Gut, du zuerst. Du hast die Maschinenwaffe. Hier ist Pistole mit Pistolen-Money drin. Wo? In der Kiste? Hier, warte. Ich lege sie dir wieder rein. Du kannst sie nämlich... Mist. Was denn? Kannst du nämlich gebrauchen? Warte, Pistolen-Money reicht schon auch. Die Pistole nehme ich mit. Gut, rein. Bist du drin, ne? Antibiotika, jo. Ich deck dich. Tür zu, mitnehmen. Alles mitnehmen, was wir haben können. Ich gehe hoch. Oh, ganz schön viel Wasser. Altmetall. Essen. Ich bin oben, erster Stock. Okay. Antibiotika. Besser gesagt, Heilungsmittel. Taschenlampe. Die brauche ich nämlich für die Höhle, damit ich... Warte, ich gehe... Ah, hier können wir auch aufs Dach. Wir dürfen aber nicht so viel Zeit hier verschwenden auch. Ja. Ich fange nämlich gleich schon mal dann mit runterbauen an. Also mit der Höhle fange ich gleich schon mal an. Hier, Shotgun-Money. Kannst du dir rausnehmen. Warte, hast du Maschinen-Gun immer noch? Ja, habe ich noch. Warte. Hier. Okay, danke. Wow. Wow. Geil. Was ist? Ja, ich habe jetzt elfmal Shotgun-Money. Renn, los, geh runter. Okay, raus hier. Ah, hier Altmetall. Stopp. Lass mich jetzt mal durch. Danke. Ich bin hinten raus, ich gehe zum nächsten Haus. Gut. Doch, hier ist noch einer auf dem Server. Guck mal auf der Map. Nee. Zelte. Ich denke, das ist noch ein Spieler. Nee, das ist unsere Homebase. Wir haben hier eine Homebase. Aufgebaut. Alter. Okay, wichtig ist, wir müssen gegen 16 Uhr unsere Wohnung wieder verbarrikadieren. Okay, hier sind Zombies. Die übernehme ich mal kurz. Ich gehe weiter in die nächsten Häuser. Ah, ich glaube, die Zombies werden ab 10 Uhr friedlich. Ach, und die Zombies sind noch wach. Gut, ich gehe mal hier rein. Oh, jetzt habe ich gerade ganz schön viel Altmetall. Ah. Wo ist das Altmetall? Ach, hier. Was war da noch mehr? Oh, jetzt habe ich noch mehr. Oh, jetzt habe ich noch mehr. Ah, da. Schießst du gerade? Ja. Okay. Antibiotika. Ah, wir haben trinken jetzt mehr als genug. Hm. Ab nach oben. Ah, Altmetall. Du hast aber genügend Metall, oder? Äh, Munition. Ja, Munition habe ich genug. Alter, dieses, äh, das erinnert mich, kennst du bei Infestation, diese kleine Stadt Parkerville, neben Campos City? Das erinnert mich irgendwie ein bisschen daran. Ich weiß. Ah, hier ist Sniper-Munition. Jetzt fehlt uns nur noch die Snipe. Mein Inventar ist gleich voll. Ja, wichtig ist, ich gehe jetzt mal ein paar Bäume fällen. Wow, Leggy. Uh, einmal raus. Ich hoffe, dass ich hier rauskomme, ohne von Zombies angefallen zu werden. So, hier haben wir noch Altmetall. Gut, ich bin hier. Achtung, ich übernehme den von der anderen Seite. So. Scheiße, hinter mir sind Zombies. Oh, fuck. Warte, ich helfe dir. Warte nicht, ich übernehme schon. So, nächstes Haus. Alter, ich war da schon. Hier in, 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 war ich schon drinnen gewesen. Ah, dann gehe ich hier rein. Ja, pass auf, da drin sind Zombies. Oh. Aber ich übernehme jetzt erstmal ein paar Bäume. Alter. Oh, ich habe jetzt 58 Altmetall. Ah, nochmal Altmetall. Gut, ich übernehme hier die Bäume schnell. Pistole gefunden. Ich nehme nur die Munition mit. Shotgun-Munition nehme ich dir mal mit. Ja, nimm, Munition ist wichtig. Gut, ich komme wieder hoch. So, es ist gleich 16 Uhr. Ich übernehme noch ein Haus. Treffpunkt zurück. Verstanden? Was ist? Treff zurück. Okay, warte, ich gehe auch noch in ein Haus rein und dann. Wichtig ist, wir müssen jetzt es auch schaffen, erstmal wieder die Wohnung zu verbarrikadieren und dann machen wir ab dem kommenden Tag, ähm, das ist richtig. Gut. Ja, dass es jetzt hier leicht nach Militär klingt, das liegt daran, ich glaube, so wird man in der Zombie-Apokalypse auch miteinander sprechen. Naja. Oh, 52 Altmetall, das ist doch überragend. Schade. Gut, zurück zum Treff. Ich komme sofort. Ich nehme noch ein bisschen Antibiotika mit. Ah. Was soll jetzt raus hier? Ja, okay, ich bin halbwegs zurück. Ich bin unterwegs. Ah. Wir sind kaum Zombies. Haben wir alle getötet oder was? Scheiße, ich habe einen Wage hier gefunden. Fetten Wage. Oh, fuck. Ich gehe erst mal hoch irgendwie. Ah, scheiße. Scheiße, wie kommen wir hoch? Oh, Mist. Ich habe noch eine Schrotflinte gefunden. Nimm mich mal. Mist. Bist du da? Äh, halbwegs. Ich muss nur noch. Ich baue erst mal hier ein paar Blöcke hin. Wo wir dann erst mal hochjumpen können, wenn es geht. Oh, fuck. Von wo soll ich reinkommen? Nein. Scheiße. Geh weg. Was ist? Bau ab. Hau ab. Geh mal bitte. Wie kann man eine Leiter bauen? Habe ich noch nicht gelernt. Aber ich will es anders machen erst mal. Was ist das? Okay. Wurden Dorn. Was ist das? Nee. Ah, wir brauchen eine Truhe. Ja, warte doch mal bitte kurz. Ja, ich kann nicht mal was wegwerfen. Ah, so. So. Jetzt mal ans Crafting Rezept. Ich habe erst mal eine provisorische Leiter gebaut. Aber ich baue jetzt erst mal hier drin, okay? Okay. Nee. So. Fertig. Storage Chest. Aha. Stellst du sie oben hin? Moment. Ich muss noch wissen, wie ich die... Ah, okay. Ich habe sie. Gut. Warte. Dann bitte mal kurz auf was, was ich jetzt mache. Ich stelle sie kurz oben hin. Wir brauchen dringend eine, wo wir unser Zeug reintun. So. Bis zu oben? Jo, ich packe ein bisschen Zeug rein. Ich brauche ein bisschen Deckung jetzt. Ich packe ein bisschen Wasser rein. Ich habe jetzt irgendwie gerade hier, ähm... City Escape vom Super... Äh, super... Äh, von... Hast du gerade was gemacht? Ja, ich habe noch eine Küste aufgebaut. Mhm. Ich habe gerade von Super... Äh, hier von Sonic, ähm... City Escape im Kopf. So, ganz viel Wasser gelagert. So, erstmal mein Inventar aufräumen. So, Waffen kommen hierhin. Guck mal, was ich hier mache gerade. Dann geh mal kurz bitte aus dem Weg. Warte, ich baue nur kurz hier. So. Ich baue alles, was die kaputt gemacht haben. Achtung! Scheiße. Ich baue wieder ein paar Pikis. Gut. Alter. Ja, Achtung! Wow, wow. Ja, ich sag doch, pass mal auf. Mann, oh. So verletzt du dich. Sonst mache ich Aua. Ja, Küche ist jetzt mit Pikis verbarrikadiert. Alter. Manchmal denke ich, du willst mich hier... Du willst sterben, denke ich manchmal. Nee, nee. Gibt's noch was zum Zubauen? Ähm, hast du noch Holz? Äh, ich hab noch Holz, ja. Dann baue mal... Ich muss mal kurz gucken. Dann baue mal hier noch die Wände ein bisschen stabiler. Okay, welche? Hier mitkommen. Hier, die. Nochmal hier zwei hin, damit die Zombies sich nicht durchprügeln können direkt. Und dort hier auch noch einen hin. Achtung! Ich geh schon mal Richtung hoch. Mach ich hier noch einen hin? Hm? Ah ja, passt bitte auf. Ich geh nochmal ganz kurz runter. Gut. Bist du weg? Jo. Bist du oben? Nee, ich geh jetzt hoch. Dann mach mal hin. Gut, gleich ragen die Zombies wieder. Ja, ich weiß. Deshalb? Ich mach uns schon mal eine neue Kiste. Hm? Ups. Brauche ich hier eine hin, hier eine hin und hier eine. Gut. So, jetzt mach ich mich... Ja, warte, sei doch mal kurz bitte ruhig. Ich sterbe vielleicht jetzt gleich. Wieso? Äh, wieso? Äh, wieso? Weil ich missgebaut habe. Scheiße. Was ist los? Lass mal bitte kurz gut sein. Gut, warte. Hast du noch Holz? Holz hab ich. Dann mach noch bitte hier jetzt ein Block hin. Nein! Hier. Achtung. Wo? Hier. Also zwei. Hier eins, zwei. Mach du das. Ich hab kein Holz mehr. Gebt ihr. Gut. Ich will dir zeigen, was ich meinte. Und zwar... Eins. Ach so. Zwei. Damit die nicht hochjumpen. Sie können aber zwei Blöcke, glaube ich, hochjumpen. Ja, deshalb habe ich das jetzt so gemacht, dass sie nicht hochjumpen können. Du verstehen? Ja, ich verstehe. So, ab 0 Uhr mache ich dann wieder einen Break. Okay. Also ich packe jetzt mal ein paar Dinge von mir rein, die ich nicht brauche. Oh mein Gott. Wir pfeifen und die Zombies sind da draußen am rummachen. Also ich packe hier ein bisschen Metall und so weiter rein. So alles, was man ja hier aktuell nicht so gebrauchen kann. Hast du gehört? Ja. Ach so, Gott. Ich mach hier nochmal, ähm... Magazine rein, Shotgun und so weiter. Hm? Ich mach auch hier noch ein paar Dinge überall rein. Die Tuna packe ich hin, Wasser habe ich genügend, Paintkillers packe ich rein. Gut. Du, ähm... Darf ich dir einen Tipp geben? Welchen? Wenn man so läuft die ganze Zeit, dann kann man Leute runterschieben. Ah. Alter. Hör auf mit den Scheiß. Ist dir Kampf? Nee, hey, du hast mich hier schon was runtergeschoben mal. Ja? Ja, glaube schon. Erstmal lassen, lad ich mal hier die Schotty nach. Ich glaube in der Alpha... Oha, die machen da drüben das ganze Haus kaputt. Guck dir das an. Ja, lass mich mal hoch aufs Dach. Guck dir das an. Aber schieß bitte nicht, sonst kommen die alle. Ich will es mir noch angucken. Alter. Ich komm auch ganz hoch. Ja, und dann schieben wir uns gegenseitig runter. Ei, ei, ei. Alter, die machen das komplette Haus kaputt. Was leuchtet da drinnen? Lampen. Oh. Achtung, die Zombies wissen... Ach, die sehen uns halbwegs nicht. Ich geh rein. Mhm. Ah, ich hab ja noch die Taschenlampe. Geil. Und damit verabschiede ich mich jetzt auch wieder. Mit diesem Blick da hinten, wo die Zombies gerade ordentlich das Haus zerhacken. Und wir sehen uns am nächsten Tag wieder. Bye, bye und... Ciao. Hey Leute, danke, dass ihr euch das Video angesehen habt. Wenn euch das Video gefällt, dann gebt einen Daumen nach hoch. Nach Ali Spruch natürlich. Oder wenn euch wirklich alles gefällt, was ich mache, würde ich mich auch über ein Abo freuen. Wodurch ihr dann auch im Markt Today seid. Ihr könnt auch weiterhin einen Kommentar hinterlassen, bevor ihr zu den Kommentaren kommt. Kommt noch in die Beschreibung, ihr könnt da mal nachlesen, wer alles mitgemacht hat. Ja, und ich freu mich schon mal auf euch. Und bis zum nächsten Video, euer Keke. Ciao.